Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abbalzen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Balzt ab. Balzte ab. Hat abgebalzt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich balze ab. Du balzt ab. Er balzt ab. Wir balzen ab. Ihr balzt ab. Sie balzen ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich balzte ab. Du balztest ab. Er balzte ab. Wir balzten ab. Ihr balztet ab. Sie balzten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgebalzt. Du hast abgebalzt. Er hat abgebalzt. Wir haben abgebalzt. Ihr habt abgebalzt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich balze ab. Du balztest ab. Er balzt ab. Er balzt ab. Er balzt ab. Wir balzen ab. Ihr balzt ab. Sie balzen ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich balzte ab. Du balztest ab. Er balzte ab. Wir balzten ab. Ihr balztet ab. Sie balzten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Balze ab du. Balzen ab wir. Balzt ab ihr. Balzen ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abbalzen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Ich